Ja, liebe Leute, hier ist der Toto aus Bochum, grüßt euch. Ich bin aber heute in Hattingen, und zwar bei der Firma Go Europe, frühe Olympia. Hat der fusioniert und ich wollte euch ein paar tolle Gerätschaften zeigen. Hier an der Basile schon, Abdeckfolie gibt es hier, Bindematten und viele, viele Sachen mehr. Ich fange an heute mal mit einem tollen Laminiergerät. Laminiergerät? Er heißt Laminator. Der kann was. Zum Beispiel kann er laminieren, man kann sogar schneiden und sogar Ecke abrunden. Also, wenn ihr tolle Fotos habt und die einlaminieren wollt, damit die natürlich besser gepflegt werden und dann besser zeigen kann, kann man das natürlich so machen. Guckt euch das an hier. Sieht schon sehr gut aus. Und natürlich sehr handlich und schick. Man kann es in die Ecke stellen. Man muss natürlich Strom anschließen, das schafft ihr auch. Und es ist wirklich einfach zu bedienen und es macht total Spaß. Ich habe also alle meine Urlaubsfotos eingepflegt und es sieht schon gut aus. Also, guckt mal rein, guckt auf die Seite und ich sage mal bis gleich. Wんな happens. guys. 率